so hier gehen wir mal dran ich brauche ein ziel wir sind fertig, nice dann können wir eigentlich auch wieder zurück gehen wie fahren wir denn immer noch was kann ich für euch tun? wir sollten uns etwas zeit verschaffen Hidre wir werden die hoffnung und auch Unterstützung aus dem Varianzfeste nicht aufgeben schönen Tag nun Hidre ihr habt uns also geholfen also deswegen wäre ich vorangemessen wenn wir euch helfen ihr sucht nach Tarasian er verschwand heute morgen wir vermuten dass er gegen Norden zur Klang-Zigarette gegangen ist wenn wir nicht Seite an Seite mit ihm gekämpft hätten würden wir ihn sogar vor einen Verräter halten ihr müsst verstehen er ist ein Todesritter und ich weiß dass dies auf unserer Seite sind aber vor nicht aller Zeit waren sie Arthas Diener aber nicht Tarasian, er ist ein guter Kerl er geht zu Klagen und Zigarette und sieht ob er zurechtklappt er geht sich er geht sich wir sind hier fertig gut dann sind wir hier dann auch an der Stelle fertig mit der äh letzter Ritt ah ok dann können wir auch gleich hier weiter machen keine Zeit für Geplauder Hidre ich wurde entsandt um dieses also das was sich als purer Selbstmord erwies erwiesen hat ich habe meine Pflichten als Soldat dafür doch nun ist es Zeit Antworten zu bekommen dieser Licht verfügt über Wissen das ich benötige doch ich kann seine irdische Körper nicht verletzen um an dieses Wissen zu kommen der Licht bewahrt seine Seele in einem Physikalium um auf äh solange es verborgen bleibt es ist unmöglich ihn zu Informationen zu entlocken Geert zum Lager zurück nehmt mein Pferd und Abzitterung steigt auf ihn lasst euch ihn zu führen bringt ihn zu mir ja ich wisst leider wo es schon ist uuuh das ist ein mächtiges Bild ey wir müssen leider hier rein so dann wollen wir mal ich habe kein Ziel ach mensch ach mensch ich muss zuerst etwas anvisieren die installierten Addons versuchen eine Größenzahl von Federn zu verlangsamen dass wir Luna in Federn bringen können zu Interface Subsysteme ignorieren ja also ich habe damit keine Probleme tatsächlich äh äh dann gehen wir mal die Quest ab wenn ihr uns schon so nett darum fragt Zeit hinten Worte da macht ok ah ok ok ah ihr seid zurück ihr habt ihr das mitgebracht jup gerade rechtzeitig oder ein Licht festzuhalten ist nicht so einfach wie es aussieht ähh da wir nun über dieses paar Kilium verfügen sollte ich keine Probleme haben mehr die benötigte Information zu beschaffen äh es wird jedoch nicht lange dauern bis die Geisel an der Tempelstadt bemerkt dass etwas äh faul ist ich wäre nicht in der Lage hier einen ausgewachsenen Angriff abzuwenden aber oder vielleicht doch ich würde es ich würde es lieber nicht daraus finden ich möchte dass ihr herunter geht und ihnen ein paar Verluste zufügt hoffentlich werden sie lange genug abgelenkt sein damit wir uns beide hierherz ausschütten können wirklich gesprochen natürlich nehmt Lurid mit euch er wird vielleicht von Hilfe sein ja ne den brauche ich nicht Jäger der hat mir auch schon letztes mal als ich ihn gebraucht habe nicht geholfen achja was haben wir denn hier ein Tiftler ein Mecher genug ja hm was sollen wir jetzt machen sollen wir jetzt die wir sollen jetzt aber die Typen töten ich bin außer Reichweite jo 20 Stück na gut ist halt wie es ist ich muss zuerst etwas anvisieren und holen wir uns den Typen mal ja ich habe kein Ziel aha ich brauche ein Ziel ich habe kein Ziel ich habe kein Ziel oh wow okay wir sind jetzt natürlich einfach besser ne ich schwere mich nicht was uns war nichts zum Look aber wir sind ja eh nicht hier auf einer Modenschau ich muss näher ran ich muss zuerst etwas anvisieren vor ihnen wir sind in der die die aber wir sind wir sind der hab grad nicht so viel zu sagen wir sind jetzt über der hälfte durch mit den wie schwer kann es das schon sein ich habe kein ziel das ist zu weit entfernt haha ja nicht lieber jetzt kann es tatsächlich war fehlt so was nennt sich die armee der geile gewesen ja nicht ich brauche ein ziel du 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 ich muss zuerst etwas anvisieren das sollte den erst mal genug zeit geben das ist ja nicht ich habe das pferd von von deinem meister ich bin offensichtlich einer deiner kameraden scheiß viel jahre tja es geht doch hier wie im wechsel einer geht der andere kommt ja das sollte uns etwas zeit verschaffen ihr iso das ist zwar körper gewesen doch ich hatte die traurige zwei sind heute nicht wirklich nötig der licht hat gesprochen die hohe priester von ankara hüten hüten das geheimnis darüber wie man max max nah betreten kann jetzt zur säule des blutes säule des feinsen solle folgen dass du tötet jeden priester kehrt wieder zurück sobald ihr die dreischrift sohn habt ja alles kein problem machen wir hätte assassine werden sollen so häufig wie ich kelle ich muss mich interessieren wie die treffen würde jetzt etwas erwarte ich wahrscheinlich ödig aha dann töten wir mal die drei ach mensch ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich habe kein ziel das war der erste der drei zwei zu folgen ach als ich das letzte mal gemacht habe ach wir sind in körperfolgt das ist nervig als ich das letzte mal gemacht habe konnte ich war das mit dem charakter der nicht fliegen konnte das war absolut schmerzhaft aber hey säule des blutes hier achso ja doch so war ich kurz ein bisschen verwirrt warum der denn und jetzt den letzten das sollte ja minimalste probleme bereiten ja das sollte ja doch noch sein ne ok muss ich den töten ich muss zuerst etwas anvisieren ja tut mir leid aber ich brauche ein ziel die junge war da schnell tot damn dude guck dem 烈 dem Untertitelung des ZDF, 2020